Future Management Roger Taylor, willkommen in unserer Show Hallo, schön zu sein Schön zu sehen, dich hier Ich glaube, die Rockfans kennen ihn bestens Er ist der Schlagzeuger der Gruppe Queen und hat eine Solo-LP gemacht, I think Roger, das ist dein erstes Solo-Track? Ja, das erste Solo-Album von allen in Queen Also außerhalb seiner Queen-Arbeit das erste Album, was er gemacht hat Ist es richtig, dass es eine Science-Fiction-Konzeption auf dem Album gibt? Ja, es ist eine Art Science-Fiction Es hat große, grafische Horizonten Ja, gut Er hat eine Konzeption und das ist Science-Fiction für diese LP Wann hatte du die Idee für dieses Album und wie lange hast du es gearbeitet? Um zwei Jahre zu Beginn habe ich angefangen und dann habe ich angefangen, die Ideen waren zwei Jahre zu Beginn und dann habe ich es über ein Jahr gelesen und es dauerte etwa sechs Wochen zwischen den Touristen Ja, okay Vor zwei Jahren hat er die Idee gehabt, eine LP zu machen, eine Solo-LP Dann hat er vor einem Jahr angefangen und hat insgesamt sechs Wochen dafür gebraucht Wollen Sie diese Songs auf deinem Album spielen? Vielleicht live mit anderen Musikern? Ja, das wäre sehr schön, aber es ist unmöglich weil ich es 100% machen würde also ich bin sehr glücklich mit Queen Okay, ja Also, er würde sehr gerne alleine arbeiten mal mit anderen Musikern zusammen weil es geht nicht, er kann seine Songs nicht vorstellen weil die Arbeit mit Queen beschäftigt ihn viel zu sehr also um ein Gerücht gleich abzubauen er verlässt Queen natürlich nicht Auf seinem T-Shirt sehe ich Flash Gordon Es war ein sehr erfolgreicher Film auch bei uns Ornella Mutti bekam den Bambi dafür vor einiger Zeit und er mag sie sehr, die Ornella hat er mir wünschen erzählt und der Soundtrack wurde von Queen geschrieben die Single war Nummer 2 in Deutschland die LP Nummer 3 und ist es möglich, dass Queen andere Soundtracks oder andere Filme in der Zukunft macht? Nein, nicht bis Stanley Kubrick kommt und uns eine Offen die wir nicht möglicherweise machen können Okay Also Queen hat den Soundtrack gemacht aber sie werden in näherer Zukunft nicht wieder so etwas tun Schade, das war eine sehr, sehr dufte Platte Vielen Dank für die kommen Vielen Dank Und jetzt ist es Zeit für die nächste Band die nächste Gruppe von Climax Blues Band